Unordnung bei den verbündeten Truppen durch das Umgehungsmanöver von Riespons veranlasste Moreau, am frühen Nachmittag ihre Front anzugreifen. Divisionsgeneral Ney drang mit seinen Truppen von Kronacker aus über Birkach in den Hager Forst ein. Dabei eroberte er fast alle Geschütze des Gegners und machte zahlreiche Gefangene. Ernst-Ludwig Posselt beschreibt den Verlauf der Kämpfe im Jahre 1801. Im nämlichen Augenblick traf General Ney, welcher die Österreicher mit dem größten Nachdruck verfolgte, beim Ausgang des Engpasses, damit ist der Hager Forst gemeint, eine heute friedliche Landschaft, ein. Sie versuchten noch, sich zu verteidigen, aber sie werden bald durchbrochen. Der General Ney dringt durch und man sieht eine ungeheure Kolonne, die von allen Seiten gedrängt hin und her schwankt und wirbelt und sich endlich in den Wald zu beiden Seiten der Straße wirft. Man vernimmt ein entsetzliches Geschrei. Der Tod verfolgte die Flüchtlinge zwischen den Fichten, hinter denen sie vergebens eine Zuflucht suchen. Nur indem sie die Großmut des Siegers anflehen, entkommen sie dem Gemetzel. Die Chaussee, vor einem Augenblick noch mit tausenden von Soldaten bedeckt, ist nunmehr nur noch mit herumliegenden Leichen, mit scheuen Pferden, die keinen Führer mehr haben, mit Wägen, umgeworfenen Pulverkarren und 87 Kanonen, die in die Gewalt der Franken fallen, angefüllt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017